Was ziehst du? Ich sehe einen Mann, der alles verändern kann. Es ist Zeit, die Mordern zu bezahlen. Es ist ein großer Spaß, egal ob man 9 oder 90 ist. Perseus ist ein Sohn des Zeus. Er ist ein Halbgott, möchte aber lieber als Mensch leben. Ich bin Zeus, König der Götter. Hades meint, dass die Menschen ihn Terror brauchen. Wir kennen Medusa aus der Originalfassung von Kampf der Titanen. Sie müssen sich auf ein blitzschnelles Wesen gefasst machen. Wer es anschaut, erstarrt zu steigen. Dieses bösartige Monster wird aus Hades Fleisch erschaffen. Sie kontrolliert das Monster. Genauso spannend wie Kampf der Titanen. Kampf der Titanen. Nur im Kino. Auch in 3D.